Ja, da ist ja der Fabian Rehse zurück im Storch und erst endlich ist er wieder da. Wie geht's dir? Ja, es ist ein sehr schönes Gefühl, die letzten Tage, bis es dann endlich fix wurde. Haben wir uns alle, glaube ich, darüber gefreut und es ist ein schönes Gefühl. Du hast dich schon ein bisschen umgeschaut, alles noch beim Alten in Kiel? Ja, ich würde mal sagen, es ist ja sechseinhalb Jahre doch her. Man muss sagen, es hat sich doch ein bisschen was verändert und vor allem auch sportlich extrem viel verändert. Ich bin damals gegangen, da ging es um Drittliga-Aufstieg und ja, in der Vergangenheit hat da Holstein Kiel, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet. Wir haben dich zurückgeholt für die zweite Bundesliga. Du hast viel erlebt in den letzten Jahren. Was bringst du mit ins Storch und erst? Ja, ich bin damals als 15-jähriger Junge gegangen, habe bei Schalke meine ersten Schritte im Profibereich gemacht, konnte mein Bundesliga-Debüt feiern und habe dann bei Greuther Fürth in der zweiten Liga 50 Spiele gemacht, habe auch das ein oder andere Bundesligaspiel noch dazu bekommen. Bei Schalke und bin jetzt voller Tatendrang, hier Erfolge gemeinsam zu feiern. Wir haben das natürlich damals verfolgt, dein Bundesliga-Debüt. Erinnerst du dich noch? Erzähl doch mal. Ja, sicherlich war das ein Riesengefühl. Das war ja dann so ein bisschen der Lohn für die harte Arbeit und der Traum, der in Erfüllung ging. Deshalb bin ich damals auch zu Schalke 04 gegangen und das ist natürlich ein sehr schöner Moment, der in Erinnerung bleibt. Es gab damals ein Spiel, das Foto ist so ein bisschen durch die Medien gegangen. Du mit Maske? Genau, ich hatte mir unglücklicherweise zwei Wochen vorher das Nasenbein gebrochen und daher musste ich ein bisschen mit einer Maske spielen. Jetzt geht es los mit dem Trainingsstart. Wie heiß bist du? Ja, sicherlich extrem heiß. Die Pause war 14 Tage, aber reicht jetzt auch. Ich bin wirklich motiviert hier anzufangen. Ich freue mich auf das Team, freue mich auf das Trainerteam und die Mitspieler und ich gehe stark davon aus, dass es eine erfolgreiche Zeit wird zusammen. Ja, wir schauen uns das an, was du hier auf den Platz bringst. Vielleicht bist du ja noch so gut wie damals in der Störche-Jugend. Herzlich willkommen, Fabian. Dankeschön.